Jo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Wenn ihr auch in Zukunft keine Fortnite-Skins mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt unbedingt noch ein Abo da, einfach unten kostenlos auf die Ohren hier klicken. So, im heutigen Shop hat sich nur die rechte Seite geupdatet, das bedeutet auf der linken Seite ist alles wie gestern. Wir haben also weiterhin diese Vampir-Skin drin, den Sanktum mit seinem Backpack für 1500 V-Bucks. Genau, und der dazu passt an Hacke, nämlich dem Mondaufgang für 1200 V-Bucks. Auch hier spiele ich wie immer gerne mal schnell den Sound ab. Jo, ist ein nices Set. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt schon zum heutigen Highlight, nämlich dem neuen epischen Skin, dem neuen Halloween-Skin. Er heißt Kürbis-Agent und kostet 1500 V-Bucks. Ein Typ in einem schwarzen Anzug, auf dem so ganz viele kleine Kürbisse drauf sind und als Kopf halt einen riesigen Kürbis. Schaut ziemlich cool aus und besonders der Kopf ist richtig geil gemacht. Und der Körper erinnert mich so ein bisschen sehr an den John Wick-Skin, also an diesen Sensenmann-Skin. Ja, finde ich ein nicer Skin, leider ohne Backpack. Das finde ich das einzige Schade an dem Skin. Aber trotzdem auf jeden Fall ein ziemlich cooler Skin und natürlich werde ich diesen Skin auch heute wieder verlosen. Dafür habe ich mir heute auch noch ein richtig geiles Special überlegt. Und zwar werde ich heute nicht nur einmal, sondern direkt 10x 1000 V-Bucks verlosen. Das bedeutet, ihr könnt jetzt 10x 1000 V-Bucks gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, um diese V-Bucks zu gewinnen, ist einfach nur in den Shop zu gehen und hier unten rechts auf den Unterstützer-Ein-Creator-Button zu klicken. Und dort dann meinen Snoxy-Namen einzutragen. Also Snoxy, so wie ich ja Ingame heiße. Quasi Snoxy, mein Kanal und noch ein kleines I ans Ende dran. Ich blende es euch hier auch nochmal oben ein, wie ihr das genau schreiben müsst. Ja, einfach dort eintragen und auf Annehmen klicken, sodass dann hier oben rechts Unterstützer-Creator-Snoxy steht. Und davon dann einfach ein Foto machen und mir auf Instagram schicken. Da auf Instagram heiße ich Snoxy. Ja, einfach ein Foto mit eurem Handy von diesem hier Unterstützer-Creator-Snoxy machen und mir auf Instagram schicken. Zum Beispiel als Privatnachricht oder mich einfach auf dem Foto markieren. Und jo, schon könnt ihr die V-Bucks gewinnen. Nochmal vielen, vielen Dank an jenen, der das macht. Für euch sind das nur ein paar kleine Klicks, den Namen da einzutragen. Und es ermöglicht mir halt jeden Tag hier diese V-Buck-Gewinnspiele zu machen. Ich meine, ich möchte euch auch was zurückgeben. Und das kostet echt schweinig viel Geld hier jeden Tag, diese Giveaways rauszuhauen. Ich löse die ja immer am Ende des folgenden Videos auf. Also falls ihr euch mal gefragt habt, wo man das überhaupt rausfindet, natürlich schreibe ich auch die Leute immer auf Instagram an. Deswegen vielen Dank an jenen, der das wirklich macht. Ja, einfach meinen Namen dort eintragen, um heute 10x 1000 V-Bucks zu gewinnen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal direkt weiter mit der Filet-Hacke für 800 V-Bucks. Ziemlich coole Hacke, ist quasi diese Sushi-Hacke. Ich spüre hier mal kurz ein Sound-up. Genau. Und dann haben wir noch den Jolly Roger drin für 500 V-Bucks. Ist jetzt nicht ganz so mein Fall, habe ich mir persönlich eher nicht geholt. Mit diesem Totenkopf hier vorne drauf. Ja, hat mich persönlich jetzt eher nicht so überzeugt. Dann haben wir in der nächsten Reihe den Sushi-Meister drin für 1200 V-Bucks. Ein blaues Skin mit einem Backpack, was ich ziemlich cool finde. Ist ja relativ selten. Auch der schaut ziemlich cool aus mit dieser leuchtenden Lampe. Auch die leuchtet so im Dunkeln ein wenig. Ziemlich cooler Skin. Und ja, dafür, dass er nur 1200 V-Bucks kostet. Also richtig nice gemacht, auch mit dem Backpack. Dann haben wir noch den Pumpernicke-Emote drin für 500 V-Bucks. Der irgendwie, glaube ich, immer noch ein bisschen verbuggt ist. Ja, mit den Augen, die so ein bisschen schielen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber die gucken irgendwie in verschiedene Richtungen. Ansonsten auf jeden Fall ein nicer Emote. Und im letzten Start des heutigen Tages haben wir dann den Ruf zur Schlacht für 200 V-Bucks. Man holt so eine Tröte raus, bläst einmal in das Horn rein und dann noch so eine Sieges-Kampfschrei-Pose. Ja, gefällt mir. 200 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Lady Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, nehmt unbedingt am heutigen Gewinnspiel teil. Dafür losse ich jetzt über das gesamte Wochenende 10x 1000 V-Bucks. Also ja, wenn ihr die gewinnen wollt, einfach ein Abo da lassen und hier unten mich als Creator eintragen. Also einfach Snoxy eintragen. Vielen, vielen Dank einfach nur für euren heftigen Support. Und zum Schluss löse ich natürlich noch schnell das Giveaway von gestern auf. Da hatte ich einmal 2000 V-Bucks verlost. Und der Gewinner vom gestrigen Giveaway ist der liebe Lucas Locus. Herzlichen Glückwunsch an dich und ganz viel Spaß mit deinem Gewinn. Und dann könnt ihr jetzt natürlich auch wieder rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also top oder flop. Und dann würde ich sagen, habt ihr alle einen guten Start ins Wochenende. Wir hören uns morgen wieder zum nächsten Lady Shop. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.